Naja, es gibt ja oft das Missverständnis, dass Du hast ja ne schöne Stimme, Mensch, mach doch Synchron oder so. Nur, wenn du damit nicht Beton nennen kannst, dann hilft dir das gar nichts. Mensch, Onkelchen, du hast doch ne coole Stimme. Mach doch mal Synchron. Genau, und dann können wir auch noch TikTok-Videos machen und wir werden alle fame. Na gut, überredet. Ich könnte ja mal Jim Hopper fragen. Oder Phil Dunphy. Oder... Mach mal sehen.